Musik Hallo, ich bin Doris und unterrichte an der Musikschule Das Zupfinstrument Zitter Wenn du ca. 6 Jahre alt bist, kannst du dich bei mir melden und wir versuchen gemeinsam herauszufinden, ob du schon beginnen kannst Die Zitter ist ein Solo-Instrument Du beginnst auf der Diskantzitter und lernst zuerst Melodien zu spielen und dich dazu zu begleiten Wenn die Hände etwas gewachsen sind, kannst du auf die Altzitter umsteigen Diese ist größer, klingt weicher und wärmer Mit der Basszitter spielt man meistens im Ensemble denn es macht sehr viel Freude, mit anderen zusammen zu musizieren Es gibt E-Zittern und einen Zitterbass Da diese elektronisch verstärkt werden, hört man dich in einer größeren Gruppe gut heraus Auf der Zitter kann man verschiedene Stilrichtungen spielen, je nachdem, was einem gefällt Alte Musik zum Beispiel klingt so Meine jüngeren Schüler und Schülerinnen spielen besonders gern dieses Stück Also komm vorbei und probiere es aus Oh, ich habe ja noch etwas vergessen Dieses schöne Instrument, die Querflöte, unterrichte ich übrigens auch Das ist mein Schuss für die Das ist mein Schuss für die